Raumschiff stürzt ab, Story habe ich euch vorher schon erzählt und damit geht es jetzt endlich los. Es tut mir leid, meine Freunde, wir hatten eine kleinere Verzögerung, kann man eigentlich sagen. Schauen wir mal, dass wir hier wieder pausieren. Oh nein, ups. So, wir pausieren, um gleich mal den besten Platz zu finden. Gebirgig heißt nicht unbedingt, dass wir mehr Ressourcen haben, das muss man gleich mal hier feststellen, aber ihr seht schon, Tee, alter, richtig nice, sowas gefällt mir. Also Gebirgig, ich bin Fan von Gebirge, also da reinzubuddeln, wie so eine Ameise, das gefällt mir einfach und wie es der Zufall will, haben wir hier eine richtig geile Position. Hier ist Stahl, da können wir uns schön reinbauen, hier haben wir Schweine, jede Menge Schweine, die wir dann schlachten können und hier sieht es doch eigentlich ganz gut aus, das wird, dann würde ich gleich mal sagen, wir buckern uns hier ein. so, Architekt, ähm, zonen Gebiete können wir machen, Schneeräumen, ähm, können wir planen hier, ja planen, genau, planen mal hier, also hier machen wir komplett zu, haben wir hier so einen schönen Eingang, hier werden wir dann, ähm, hier werden wir, äh, so eine Kanone aufstellen, hier so, hier an die Mauer ran, hier und hier, also ihr müsst hier planen, dann auf jeden Fall, dass hier dieser Nippel hier wegfällt. Genau, dass die, äh, die Nase fällt weg, deswegen müssen wir hier gleich schon mal ein bisschen planen, ähm, das heißt, wir haben eine schöne Breite, äh, breite Ding hier, deswegen werden wir das auch hier weg machen, ähm, hier so, werden wir weg machen, genau, und dann würde ich sagen, wir machen hier komplett zu, genau, also ich denke, genau, so wird es, so wird es dann laufen, wir werden hier komplett zu machen, genau, dann haben wir hier so eine schöne, so eine schöne Bucht, wo auch niemand reinkommt, das Wichtige ist, ähm, wir werden hier auf jeden Fall, ähm, auch ein Geschütz aufstellen, aus dem Grund, dass, ähm, ja, mit dem neuen Update können die scheiß Penner, die Räuber, wenn sie mal kommen, können auch graben, deswegen werden wir hier auch noch ein Geschütz aufstellen, damit wir hier gut, äh, beisammen sind, wenn hier mal was ist, und, ja, das sollte es das Erste sein, also ich will erstmal hier, ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir bauen, ja, cool, wir kriegen Tipps, das freut mich, das finde ich cool, ähm, hier würde ich ehrlich gesagt, hier werden wir hier so Gefangenen hin machen, ich würde hier gerne an, ähm, Räume bauen für meine Leute, wir werden hier das alles planen, das, ähm, machen wir alles, aber erstmal ist das hier Minenarbeit, da müssen wir erstmal hier so reingraben, ähm, das werden wir vielleicht später machen, zu allererst müssen wir, ja, wir müssen entscheiden, wo die Leute schlafen, und, ähm, erstmal bevor irgendwas läuft, wenn wir, äh, Möbel, ach, hier, Schlafplätze hinlegen, so, ja, verboten, wenn es mal da, F-F-F-Attraktion, genau, das ist wichtig, dass wir noch sagen, hey, du darfst das aufheben, ähm, ja, Zone-Gebiet, dann werden wir hier eine Lagerzone einrichten, so, hier dürfen Leute Sachen reingelegt werden, die Abfallzone, werden wir hier hin bauen, ähm, da werden wir noch, äh, das werden wir schön überdachen und so, und kühlen, falls mal was ist, ähm, wir werden die Lagerzone etwas größer machen, ehrlich gesagt, Lagerzone, okay, man sieht das so schlecht, äh, 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 was, Lagerzone zwei, äh, 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 ah, ja, genau, ähm, wir müssen, wir müssen, wir müssen erstmal markieren, dann können wir sie erweitern. Okay. So, ja, wir wollen sie einblenden. So, dann erlauben wir die Interaktion mit den ganzen Gegenständen hier. Wir wollen mal, dass alles reingebracht wird. Wenn wir einen groben Überblick haben, wie viele Ressourcen wir überhaupt haben, können wir nämlich ins Lager reinschauen. Bevor irgendwas gemacht wird, würde ich sagen, wir transportieren das Zeug rein. Und um das zu machen, müssen wir jetzt erst mal schauen. Und, ah geil, es werden die Flammen angezeigt. Das ist cool. Das ist wichtig, damit wir wissen, okay, Mikumi kann jagen und das gefällt ihr so gut, dass sie dadurch schneller lernt. Und das ist natürlich extrem wichtig, das zu wissen. So, Mechaniker, Bergarbeiter, Bauarbeiter, Bergarbeiter, genau. Klar, das Landwirt, das macht nicht sie, das macht sie. Aufseher, Schalter, Patient, Träger, Mechaniker. Da gibt es auch ein paar dazu gekommen. Gärtner, Schmied, Schneider, Handwerk, Reiniger. Träger. Okay, alle drei sind Träger. Das gefällt mir. Ja, und die werden jetzt erst mal ihren Schüssel in die Lagerzone reinbauen. Und dann würde ich sagen, wir schließen mal die Schweine hier ein. Ja, es wird jetzt angezeigt, hier zu wenig, äh, zu wenig stuff hier. Aber ich hätte gern zwei, vier, sechs, sieben, zwei, drei, also hier sollte die Tür rein. Drei, eins, drei. Stahltür, also, naja, wir hauen da gleich mal eine Stahl auf die Tür rein. Okay. Also, ihr könnt euch ruhig hier reinlegen. Das ist kein Stress. So, und jetzt sind wir hier, schon die Ressourcen, ja, sobald sie im Lagerplatz sind. Ähm, ja, dann wissen wir genau, was los ist. Und ich würde gerne jetzt schon, ähm, Holzmauern bauen. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, ein bisschen Schiss vor gewissen, für gewissen Schlangen. Und ich möchte nicht ungern. Was ist mit dem los? Macht der Nickerchen? Schaut den Wolken zu. Ah, okay, die beschäftigen sich. Interessant, okay. Okay. Haha, und schon ist es hier überdacht. Ja, lassen wir doch mal offen. Äh, cool. Okay, wusste ich gar nicht, dass das jetzt funktioniert. Cool, okay. Der Nachteil an dem Berg hier ist, dass wir, ja, wie soll ich sagen, dass wir, ja, das Licht kommt nicht so rein. Und dadurch, ähm, kriegen wir weniger Strom durch Stromanlagen, Solaranlagen. Ähm, aber ich würde sowieso, ehrlich gesagt, gerne Turbinen bauen. Aber die Turbinen erfordern riesigen Aufwand. Das heißt für uns, wir müssen hier alles planar machen, die Bäume abreißen, da dürfen keine Steine rumliegen. Dann müssen wir die oben, und ja, zu viel Aufwand. So, die schlafen jetzt hier, ähm, haben jetzt alles reingeschafft. Und jetzt sehen wir unser, äh, Materialstand. Und, ja, unser Materialstand ist der, ja, ist der. Ja, benötigt die große freie Fläche vorne und hinter ihm, um eine optimale Schwimmströmung zu gewährleisten. Produziert Strom. Unsere Stromanlagen, ihr kennt, ihr kennt, also wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt, dann kennt ihr mich, wie ich baue. Und ich baue gerne so. Ähm, dann baue ich noch immer einen Batterieraum. Ähm. Ich würde fast sagen, wir bauen den einfach hier rein. Also macht nur Sinn, jetzt hier Stahldinger zu bauen, ähm, um es authentisch zu halten. Okay. Zwei breit, die Batterien und dann die Kabel. Deswegen wird das hier so sein. Zone, ähm, Befehl, Holzsacken. Und dann, ähm, Pflanzen entfernen. Genau. Genau. Und dann kommen hier Batterien rein. Also, wir sollten hier auch vielleicht abreißen. Da eine Stahlautotür hinklatschen, sobald die fertig sind. Produktion, Strom, 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 Kabel, da nach raus. Sehr gut. Ich produziere gleich schon mal die Batterie. Oh, die Batterie hat auch ein neues Design bekommen. Cool. Leistung verbunden, gespeichert, Effizienz 50%. Ja, natürlich keine Dinge, weil die Leitungen noch nicht liegen. Ja, und schon ist unser Stahl aus, ehrlich gesagt. So schnell geht das. Aber kein Problem. Wir sollen mal hier anfangen reinzubuddeln. Ich habe hier komplett geplant. So, kann man hier den Plan entfernen. Genau. Und so schnell läuft das. Ähm, da speichert. Energy. So viel Energie verbrauchen wir, wir verbauen ja gar keine Energie, außer diese eine Autotür jetzt gerade. Ähm, ein Dach ist eingestürzt, weil wir wirklich eine Ding entfernt wurden. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass da niemand drunter liegt, ansonsten wir dafür graben. So. Ähm, wir müssen noch irgendwann, ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen. Holzwand. Wir stellen mal hier eine Holzwand hin, damit die, äh, damit es sich einstürzt. Damit wir den Einsturz kontrollieren können, sagen wir es mal so. Aber Holz haben wir ja genug. Deswegen wird das als Pfeiler dienen, so gesehen, für dieses Gebäude. Ähm, klingt ein bisschen unlogisch, aber ist doch irgendwie logisch. Nein, nein, ist nicht logisch. Aber egal. Ja, unsere Batterien sind hier. Minus 50 Energie wird gebraucht. Ja, vorerst können wir die Türe zumachen. Ähm, Strom. Verbinden mal. Ach, shit. Ja, wir haben keine, nicht schlauerweise, keine Stahlwände mit Kabel gebaut. Das ist natürlich... Okay, die hätten auch mal mehr gekostet. Ah, die haben wir noch gar nicht. Ah, interessant. Die müssen wir wahrscheinlich forschen. Das ist gut zu wissen. Aber ich hoffe, wir können einfach... Ah, sie ist eine Weile weit bleiben. Megumi ist der Meinung, ihr solltet die Kononie einen Arm geben. Boah. Wie nennen sie, äh, Berghausen. Berghausen. Die Kononie heißt jetzt Berghausen. So. Okay. Ah, ich hoffe, das steht einfach so. Ich hoffe, wir können einfach unter die Wand durch. Ähm. Ähm. Sehr gut. Das ist wie ein Pfeiler. Ähm, ja. Oh, hier liegt noch Silber rum. Geht spazieren. Charakter. Soziales. Wir warten mal kurz. Und zwar Megumi. Nahkampf 11. Das ist schon echt extrem. Nahkampf 11 ist schon extrem. Kälte zu klug. Kerl. Ja, solange ihr habt keinen Malus auf irgendwas, gell. Ähm. Klarstahl, Überlebensgewehr. Qualität 100. Brennberg, Marktwert 400. Äh, Genauigkeit, Berührung. Nah, mittel, fern, weit. 89. Okay. Dann würde ich sagen, ah, du. Sag, was macht denn der Wert schießen eigentlich? Unbrauchbar. Okay, Genauigkeit, weit. Kurzer Reichweil schießt, aber schnell. Ich würde fast sagen, du rüstest dich mit der Pistole aus. Megumi, du schnappst dir das Plastallmesser. Und Diver, du holst dir das Überlebensgewehr. Ja, das Plastall, das älteste unter Siel der Menschschaft ist ein Pistole, eine tödliche Waffe. Kampfschaden 11. Verteidigung benötigt. Ja, du solltest dich zur Verteidigung der Kolonie vorbereiten. Ja, das ist auch nur eine Empfehlung. Ähm, ja, wir machen aber noch nichts. Also, so eine Selbstschussanlage frisst Strom. Aber wir könnten, okay, wir könnten eventuell alleine den Reiterlager. Silbergeschütz. 1500 Silber, dafür weniger Stahl. Ja, wie gesagt, ich würde gern, ich würde gern das Geschütz hier hinstellen. Ganz schön einbunkern und dass man nur von hinten herankommt. So, das stellen wir dann hier hin. Und, ja, da müssen wir eigentlich schon mal anfangen, dass hier jemand das abbaut. Gut, dann können wir den Plan auch wegschmeißen. Ja, okay. So. Ja, die statt snatchen sich jetzt ihre Waffen, dann wäre auch wichtig, dass sie ihre Waffen tragen. Ja, aber genießen sie einen Snack. Wir müssen immer schön schauen, 18 Überlebensrationen haben wir. Wir haben natürlich Hunger. Ja, und das sollten wir nicht verachten. Sobald wir einen Kühlschrank haben, können wir die Wildschweine anfangen zu schlachten, aber vorher noch nicht. Oh, Homezone. Zählt das schon? Ah, zählt schon als Homezone. Okay. Ein Kolonist untätig. Äh, Diver. Aufseher, Kochen, Bauarbeiter, Mechaniker, Schmied, Schneider, Künstler, Träger, Reiniger. Kannst du auch anbauen? Landwirt, nein. Bergarbeiter, du hast eine Affinität für Bergarbeiter. Ja, das ist jetzt die 1. Nein, nee. Nee, nein, nein, nein. Ähm, Koch. Oh, Landwirt. Hm, Bauarbeiter. Was könntest du denn jetzt für mich bauen? Ähm, was könntest du jetzt für mich bauen? Also dann, wenn der wirklich so wenig zu tun hat, dann Bauarbeiter. Ah, okay, da ist aber, die ist echt sehr gut in allem. Koch. Er ist der einzigste Koch. Das müssten wir irgendwie ausnutzen. Okay, dann würde ich sagen, Anbaufläche. Oh, shit. Wir könnten hier Anbaufläche machen. Aber da müssen wir erstmal außen rumlaufen. Also ich würde sagen, schwierig. Ich möchte es gerne hier drin haben. Aber um das zu können, dann müssen wir, wir müssten hier diese Höhle ein bisschen ausgraben. Habe ich so das Gefühl. Bisschen ausgraben. Ja, also ein bisschen hier so. Müsst du mal ein bisschen Platz machen. Deswegen vorerst werden wir das hier als Anbauzone deklarieren. 8x8. Und dann machen wir nochmal 8x8. Genau. Okay. So, und dann bauen wir hier Kartoffeln. Sehen. Tropfen, Pflanze, Rose. Thekbaum. Bäume können wir auch. Ah, das ist natürlich nur logisch. Ja, lass uns doch Kartoffeln hier. Kartoffeln. Erntbar, aber ganze Lebensdauer. Dann machen wir mal Maispflanze. Erntbar, begrenzte Lebensdauer. Eine große Körnerpflanze. Leckere Bonn. Hat für ein langer Besuchstür dafür, aber sehr viel Nahrung ab, was auch roh gegessen werden kann. Benedikt. Nährstoffreich im Boden. Das ist nährstoffreich. Wir sind hier im Urwald. Und hier gibt es Ameisenhügel. Habe ich das richtig gelesen? Ameisenhügel. Ah, seltsam. Okay. Ja, Diver, du hilfst jetzt beim Landwirtschaften. So, Selbstschussanlage ist an. Strukturen. Ich hätte noch gerne ein paar Sandsäcke, ehrlich gesagt. Vergnügen, Böden, Sicherheit. Ah, Sicherheit ist das. Genau, Sands sagt. Lerne Kanzlagenhafheit durch den Reiter Lehrgarten und was reingegangen, was nicht. Ja, okay. Gut zu wissen. Ja, kennen wir. Strukturen. Hier machen wir eine. Stahltür rein. So, damit man an den rankommt. Ich verstehe, was ich meine. Besuchergruppe. Der Arzt vom Fels besucht die Kolonien. Alter. Okay, alte Bisswunde. Der sieht bionisch aus. Stadtwache. Stattwache. Boah, Pistole. Und eine leckere Mahlzeit dabei. Gepanzerte Weste. Okay, das ist das Geheimnis. Nahrung benötigt. Nahrung benötigt. Nahrung benötigt. Das ist kein Weg. Ja. Wir haben doch schon angefangen. Mein Gott. Ähm. Da sind doch unsere Dingsendangsen. Dingsendangsen. So, gespeichert. Ja, sieht doch ganz gut. Ganz friedlich aus. Sandsäcke werden hier geproduziert. Aber das Sichtigste ist, dass die hier weggemacht werden. Und die Sozialkomponente fehlt hier noch. Babys. Ich hoffe, das kommt noch. Erlehnende Medizin. Um eine medizinische Operation, wie zum Beispiel ein Organentimmer und eine Prothese vorzune, öffne Gesundheit weiter. Ja, wir haben sowieso. Ja, wir haben sowieso. Was ist jetzt? Was laberst du? Können da noch nicht mal. Ja, sehr gut. Dann können wir hier in den Schützengraben rein. Wenn mal der Fall ist. Das ist auf jeden Fall wichtig. Finde ja cool, dass die Waffen dabei haben. Und wenn die Waffe auch auf dem Gesicht draufliegt und das Messer neben ihm. Nicht nice. Sehr gut. Smikumi macht sich schon mal auf dem Weg und macht das hier frei. Das ist natürlich extrem wichtig, damit wir rausschießen. Wenn wir nicht rausschießen können, sieht die ganze Sache schon mal schwieriger aus. Das heißt, schwieriger ist die Sache unmöglich. Nicht nur schwieriger. Hier werden die Pflanzen erfährt. Die Wichtige ist natürlich gewesen, dass die Maispflanze wächst. Ah, das Licht fehlt. Ja, das ist aber, das ist, ja. Oh, oh, oh. Mensch, die Tiere werden keine Türen oder keine deaktivierten Geschützzimmer angaben. Kannst du nicht kommen, indem du unter meine Wand flüchtest. Aber sie werden auf dich warten. Oh nein. Das ist was für ein Tieresrück und da. Weiblich. Verdammt. Okay. Alarm. Du Lappen. Sehr gut. Okay. Megumi wurde verletzt. Wir schauen mal. Oberkörper, Kratzer von Wildschwein mit den Stoßzähnen. Blutungs. Da zweimal und großer Zehkratzer. Operationen. Oh Gott, nein. Wir müssen dem noch nichts abschneiden. Ähm. Shit. Wer kann den verarzten? Kann Diver verarzten? Ich hoffe, relativ gut. Arzt. Ah, perfekt. Der Diver. Wett schült hier sein Leben. Wessen seine Kollegen verletzt sind. Ähm. Ähm. Wir haben noch keine Medizinbetten. Also müssen wir die hier hinbauen. Ja, wir haben noch. Noch ist es hier richtig madig. Wir sind draußen geschlafen. Medizinbette. Kommen am Arsch der Welt hin. Krankenbett. Krankenbett. Bitteschön. Ja, die müssen sich jetzt ausruhen. Ja, die müssen jetzt schlafen. Ist vollständig geheilt. Und Diver. Muss. So. Ja. Er macht es sich auch schon auf den Weg. Ja, so. Die werden natürlich mad hier drinnen. Sie kommen hier nicht raus. Aber das war leider ein Risiko, dass wir einen gehen. Noch. Wir werden sowieso bald alle abgeschlachtet. Vielleicht gesagt. Schauen wir mal. Alter, da schaut dann, wie die Belätzung schlecht behandelt. Halt, 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 halt. Du musst den bitte auch noch schnell. Du musst den auch noch schnell verdingen. Der blutet. Das ist bei dem noch schlimmer als bei dem anderen. Ah, Megumi ist vollständig geheilt. Gut behandelt. Alter, sehr schön. Blutverlust, trivial, also nicht ganz so schlimm. Ein Joe-Wire-Artist namens Raymond Petty ruft aus der Nähe. Er wird von einem Piraten der Eigentümergemeinschaft gejagt. Er fehlt um Hilfe, bietet er an, deiner Kolonie beizusehen. Biologisch ist er 38 Jahre alt. Aber sei gnad. Wenn du annimmst, wirst du gegen Piraten aus deiner Frucht kämpfen müssen. Biete Sicherheit. Sehr gut. Schon neuen Bewohner. Wichtig war, dass wir uns das Risiko auf uns nehmen, dass wir vom Piraten dann eventuell gejagt werden können. Das ist eventuell ganz sicher wahrscheinlich. Und das heißt für uns, wir müssen uns jetzt hier einen Weg durchbrudeln. Und müssen hier... Wobei, wir warten noch. Wir warten noch. Wir warten noch. Eventuell können wir hier dann schön auf die Leute warten. Wir können hier Tür reinbauen und hier dann die Kanone. Das passt schon. Ja, jetzt haben wir ein drittes Mitglied in unserer Truppe. Den Roman. Roman hat nichts dabei. Oh. Ja, jetzt haben wir ein drittes Mitglied. 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 Vielen Dank.